Mein Gott, was soll ich tun? Im Fernseher läuft nur Gaga. Wenn Sie durstig sind, trinken Sie ein Glas Wasser. Schmeckt das wässrig? Pfui! Was soll ich nur tun? Was ist denn das? Hier ist alles voller Gras. Wer hat hier gemäht und nicht aufgekehrt? Das war ich. Ich habe gemäht. Und jetzt kommt ein Wendepunkt in diesem Video, der gar keinen Sinn ergibt. Er hat sich den Polster genommen und hat sich schlafen gelegt. Jetzt muss ich aufkehren. So ein Mist! Mir wurden die Besen gestohlen! Das war's für meine Zweite, die Schlafen in den nächsten Jahren! Vielen Dank.